Dieser Uber Astra ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 99.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 165 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017